Es ist Weihnachtszeit und wir suchen Geschenke. Diese finden wir online, in Städten, günstig im grenznahen Ausland oder im Shoppingcenter. Westside hat sich zum Ziel gesetzt, dem Kunden einzigartige, auf ihn zugeschnittene Erlebnisse zu bieten. Mit dem Weihnachtsspiel verwandelt Advertima einen Werbescreen in ein einzigartiges und packendes Kundenerlebnis. Zuerst schaffen wir Präsenz, die niemand übersehen kann. Gefolgt von einer Reihe personalisierter Erlebnisse. Der Besucher wird individuell vom Rentier begrüsst und zum Spielen aufgefordert. Sobald er in den Spielbereich tritt, geht's los. Die Spieler verwandeln sich in einen personalisierten Wichtel, der sowohl Grösse als auch Kleiderfarbe übernimmt. Mit vollem Körpereinsatz müssen Geschenke, die der Weihnachtsmann verliert, eingefangen werden. Und schliesslich die variable Tageszeit. Die Spielatmosphäre passt sich der aktuellen Uhrzeit an. Damit ist die Illusion perfekt. Jeder Spieler ist ein Gewinner. Mit der ausgedruckten Weihnachtskarte können sich die Teilnehmer auf der Webseite einloggen, den Highscore eintragen und am Wettbewerb mitmachen. Der Erfolg gibt uns recht. 5.908 personalisierte Wichtel wurden kreiert. 2.081 Besucher haben am Wettbewerb teilgenommen. Jeder Fünfte hat wiederholt gespielt und sich mehrfach registriert. Es wurde eine 16-mal höhere Konversion erzielt, verglichen mit klassischen Online-Kampagnen. Inner 24 Tagen wurde total 275 Stunden gespielt. Game over? Nicht ganz. Die Aktion hat alle Erwartungen übertroffen, weshalb bereits ein neues Spiel entwickelt wurde.